Hi, hier ist wieder Chris und in diesem Tutorial zeige ich euch, wie das mit den Verknüpfungen funktioniert. Ich werde dafür drei Beispiele nehmen. Und zwar werden wir das einmal so machen, dass wir eine Verknüpfung herstellen innerhalb von einer Tabelle. Dann eine Verknüpfung aus einer anderen Tabelle. Das heißt, wir verknüpfen die Daten zu einer anderen Tabelle hin. Und dann, ihr wisst ja, eine Mappe ist ja sozusagen eine Excel-Datei. Das heißt, eine Mappe kann ja aus mehreren Tabellen bestehen. Aber vielleicht wollen wir ja mal eine Verknüpfung zu einer anderen Mappe herstellen. Also zu einer anderen Excel-Datei. Und das werde ich dann auch gleich mal zeigen. Nehmen wir mal an, wir haben jetzt zwei Bereiche. Und zwar den Bereich Einnahmen. Ich schreibe das mal jetzt direkt hier hin. Und Ausgaben. Und rechts daneben schreibe ich einfach das, was wir jetzt eingenommen haben. Das ist ja nur ein Beispiel. Und zwar 200.000 und Ausgaben 100.000. Innerhalb von einer Tabelle ist das natürlich super einfach. Wir brauchen bloß ein Gleichheitszeichen eingeben. Ich mache das jetzt mal für die Einnahmen. Beispielsweise hier. Ich gebe ein Gleichheitszeichen ein. Und kann direkt mit der linken Maustaste auf diese Zelle klicken. Ihr seht hier, werden die Koordinaten eingetragen. B1. Und klar, wenn ich jetzt Enter drücke, steht dort auch 200.000. Ich klicke hier nochmal doppelt drauf. Ihr seht, das sind die Koordinaten von dieser Zelle. Das heißt gleich, also eine Funktion, die wird gleich ausgelöst. Und ich möchte hier den Inhalt von B1 haben. Das heißt, sobald ich hier etwas ändere, wird natürlich dann auch der Inhalt von B1 wieder neu angezeigt. Also auch aktualisiert. Ich drücke jetzt mal Enter kurz. Und wir ändern mal den Wert hier auf 300.000. Und ihr seht, wenn ich Enter drücke, wird auch auf der rechten Seite das komplett aktualisiert. Und genauso übernommen, wie es hier steht. Das Gleiche mache ich jetzt hier. Gleichheitszeichen, einfach hier raufgeklickt. Die Koordinaten von dieser Zelle stehen da drin. Und wenn ich Enter drücke, klar, steht hier eben 100.000. Nehmen wir mal an, ich möchte das jetzt auch in einer anderen Tabelle haben. Und zwar das Ganze hier, was hier oben steht. Ich möchte das einfach komplett so übernehmen. Und ich möchte auch, dass die Daten automatisch aktualisiert werden. Dann geht das auch ganz, ganz simpel. Nehmen wir mal an, wir möchten hier diesen Bereich gleich kopieren. Dann machen wir jetzt erstmal eine neue Tabelle. Ich klicke hier auf dieses Plus-Symbol. Ich habe jetzt Tabelle 2. Ich mache das mal ein bisschen größer hier. So. Und ich möchte jetzt zum Beispiel diesen Bereich hier komplett in die andere Tabelle kopieren. Aber so, dass das verknüpft ist. Dann geht das auch ganz einfach, indem wir, wenn wir das hier markiert haben, mit der Steuerung und C-Taste kopieren. Dann gehen wir in Tabelle 2. Dann suchen wir uns den Bereich aus, wo wir das halt einfügen wollen. Ich möchte das hier ab dieser Zelle machen. Drücke STRG-V. Und jetzt ist wichtig, dass wir hier auf dieses kleine Symbol klicken. Bekommen dann eine Auswahl. Und hier bei Weitere Einfügeoptionen steht hier Verknüpfung einfügen. Und wenn wir darauf drücken, dann haben wir das jetzt eingefügt. Und zwar so, dass es miteinander verknüpft ist. Das heißt, ändere ich jetzt in Tabelle 1. Ich drücke erstmal die Escape-Taste, damit der Kopiervorgang sozusagen abgeschlossen ist. Und wenn ich jetzt was ändere, nehmen wir mal, ich schreibe jetzt 400.000. Dann seht ihr, hier wurde das aktualisiert. Und in Tabelle 2 wurde das ebenfalls aktualisiert. Und das ist das Coole. Ich klicke hier mal ganz kurz rauf und dann sehen wir, was passiert ist. Bei Tabelle 1 war das ja so. Hier steht dann nur ein Gleichheitszeichen und dann B1, die Koordinaten von dieser Zelle. Das ist auch okay so. Auf Tabelle 2 sieht das ein bisschen anders aus. Nach dem Gleichheitszeichen, ich klicke hier mal doppelt drauf, nach dem Gleichheitszeichen kommt erst der Tabellenname, nämlich aus Tabelle 1, nimmt er die Zelle B1. Ich hier rauf klicke, dann seht ihr Tabelle 1, B2. So einfach ist das. Nehmen wir mal an, ich mache jetzt ein weiteres Dokument auf. Ich klicke hier einfach nur rauf, drücke STRG und N und bekomme dann sozusagen eine zweite Mappe. Ich mache das jetzt mal ein bisschen kleiner. Die hier auch. So. Jetzt haben wir zwei Mappen. Normalerweise kann man über Ansicht das natürlich auch nebeneinander stellen, aber es ist eigentlich unwichtig. Also so wichtig ist es wirklich nicht. Und zwar werde ich hier das erstmal ein bisschen vergrößern. Klack, 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 klack. So. Und jetzt können wir diese Verknüpfung im Prinzip auch wieder so machen. Ich gehe jetzt mal wieder auf Tabelle 1, weil das ist ja, sagen wir mal, unser Ausgangsdokument, wo, wenn wir hier was ändern, soll das natürlich überall auch geändert werden. Und zwar möchte ich es jetzt so haben, ich möchte zum Beispiel nur die Einnahmen zum Beispiel haben. Dann klicke ich hier rauf, schreibe meinetwegen erstmal noch eine Überschrift dazu, Einnahmen und da drunter gebe ich ein Gleichheitszeichen ein und kann direkt hier auf diese Zelle klicken. Ich klicke hier einfach rauf und ihr seht, das wird direkt übernommen. Hier steht Map 1, das ist nämlich die Datei, so ist die momentan noch benannt. Tabelle 1, das ist die Tabelle und der absolute Bezug, deswegen hatte ich schon gesagt, mit relativen und absoluten Bezügen sollte man sich so schon ein bisschen auseinandersetzen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, vor allem für das Kopieren von Daten. Und ihr seht, er nimmt sich jetzt die B1 hier raus, das sind die Koordinaten halt von dieser Zelle. Wenn ich jetzt Enter drücke, klar, dann steht der Wert dort. Sobald ich hier was ändere, wir hatten ja ein super Geschäftsjahr, das heißt, wenn ich jetzt hier 500.000 eintrage, dann wird auch das komplett aktualisiert. Wenn ihr jetzt zum Beispiel hier, ihr seht, ich zeige das mal ganz kurz nochmal, ihr seht ja hier, wenn ich doppelt draufklicke, erholt sich jetzt die Daten aus Mappe 1. Ich habe die noch nicht gespeichert und trotzdem steht hier erstmal auch Mappe 1. Die Datei selbst heißt Mappe 2. Speichere ich das jetzt hier unter einem Namen, ich sage jetzt mal, ich gehe jetzt einfach auf dieses Symbol, gehe einfach mal auf Speichern, Computer, suche mir dann einen Ort aus, wo ich das jetzt speichern will. Und nehme mir mal an, ich möchte das jetzt zum Beispiel in dem Ordner TempTest, ist ja egal, und speichere das zum Beispiel jetzt unter einem anderen Namen, zum Beispiel meine Mappe 1. Und drücke jetzt Speichern, dann achtet mal da drauf, was nämlich jetzt passiert. Wenn ich jetzt hier wieder raufklicke, hier momentan steht ja noch Mappe 1. Und wenn ich jetzt hier raufgehe, dann seht ihr, hat sich das auch mit geändert, weil Excel hat natürlich gemerkt, okay, ihr habt das jetzt unter einem anderen Namen abgespeichert, also muss ich das auch entsprechend aktualisieren. Das funktioniert natürlich nur, wenn die Mappe auch offen ist, weil wenn die Mappe geschlossen ist, wird natürlich Excel versuchen, einen Bezug herzustellen, merkt dann aber, dass die Datei vielleicht nicht mehr vorhanden ist. Wie gesagt, total easy. Wenn euch das jetzt übrigens mal passiert sein sollte, dass ihr den Dateinamen geändert habt, absichtlich oder unabsichtlich, dann kann ihr den Bezug natürlich nicht mehr herstellen. Der Bezug ist ja momentan, ihr seht das, wenn wir jetzt hier raufklicken, meine Mappe 1, XLSX. Wenn wir den Dateinamen jetzt ändern würden, dann würde sich das zwar anpassen, aber wenn die Datei, diese hier, nicht geöffnet ist und ihr beispielsweise auch über den Explorer den Dateinamen einfach ändert, kriegt das diese Datei natürlich nicht mit. Und wenn ihr die Datei dann öffnet, dann stimmt ja der Bezug nicht mehr und dann bekommt ihr auch eine Abfrage. Und um das jetzt zum Beispiel auch so ändern zu können, gibt es die Möglichkeit, über Daten dann über, ich mache das mal kurz groß, weil man kann das jetzt momentan noch nicht so sehen, und zwar über Verknüpfung bearbeiten, habt ihr dann die Möglichkeit, hier rauf zu klicken, könnt dann die Verknüpfungen bearbeiten. Momentan ist ja nur eine Verknüpfung vorhanden und ihr seht, die Quelle ist meine Mappe 1, XLSX. Und wenn ihr den Dateinamen jetzt aber über den Explorer zum Beispiel geändert habt, dann steht immer noch das hier drin, aber ihr könnt die Quelle dann ändern, indem ihr einfach hier rauf klickt und habt dann die Möglichkeit, die Datei auszuwählen. Bei mir war das ja meine Mappe 1, XLSX. Und klickt dann OK, könnt dann die Werte meinetwegen noch aktualisieren, könnt natürlich auch die Verknüpfung löschen. Allerdings ist dann, wenn ihr die Verknüpfung löscht, wirklich keine Verknüpfung mehr vorhanden. Das heißt, hier wird dann zwar der Wert noch drinstehen, aber wenn ihr die Tabelle, die andere Tabelle sozusagen ändert, dann wirkt sich das nicht mehr hier aus. So, wenn ihr das aktualisiert habt, dann könnt ihr das schließen und dann passt das schon. Das war es eigentlich auch schon mit den Verknüpfungen. Ich hoffe, der eine oder andere konnte mit dem Tutorial was anfangen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt das einfach in die Kommentare. Ich weiß, das ist eine teilweise komplizierte Sache. Und wie gesagt, schreibt es in die Comments und wir gucken mal, was wir da für eine Lösung finden dann. Und wie gesagt, das war es. Ich hoffe, der eine oder andere konnte damit was anfangen. Ich würde mich jedenfalls freuen und freue mich natürlich, euch bei weiteren Tutorials von mir wiederzusehen. Bis dahin, ciao! Bis dahin, ciao! Bis dahin, ciao!